Hey Road Warrior, das ist die Festival-Spielliste. Das ist ein Guide fürs ganze Jahr mit neuen Veranstaltungen und exklusiven Belohnungen bei Horizon Mexico. Also schau jede Saison wieder rein. Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon. Ja, wenn ihr das seht, habe ich es wahrscheinlich geschafft, die zwei Folgen, die jetzt im Moment am Rendern sind, ohne Ende, jeden Tag, immer noch nicht hingekriegt haben. Es hört jetzt blöd an, aber ich habe zwei Folgen hochgeladen. Die Folge 1 ist hochgeladen, ist schon veröffentlicht. Die Folge 2, die will nicht rendern bei YouTube. Folge 3 ist hochgeladen, ist komplett fertig. Und die Folge 4, auch hochgeladen, rendert auch ohne Ende. Ja, Entwurf, ja, keine Ahnung. Ich habe das nochmal neu hochgeladen, klappt alles nicht, ich habe keine Ahnung warum. Froß neues Jahr, München, ja, tolle Abenteuer. Was kann man denn hier machen? Okay. Nummer A. Okay, Frühling geht kurz, ja. Kann man jetzt mal mit machen. Willkommen in Mexiko, die Serie 2. Ende am 11. November. Serie ist beendet, 11. November. Okay. Was das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Willkommen zurück, Road Warrior. Road Warrior. Ja, Upgrade, Tuning, Kaufen, Verkaufen, ich weiß gar nicht, Tommys. Meine Autos, ich will auf jeden Fall mit wem weiterfahren? Hahaha. Mit meinem Golf. Ach du Superstar, Alex ist beschäftigt, aber ich soll dir ausrichten, dass es einen klassischen Offroader in einer Scheune beim Festival gibt. Grafik Speicher ist fast voll, das stimmt gar nicht, das geht, also ich habe jetzt einen riesen, also was, was man als Probe haben muss hier. Verdiener weiterfahren muss, was denn nur den, was denn, wie denn, warum denn überhaupt? Jetzt ist die Frage, was wir jetzt hier weiter machen. Jetzt ist das in die Hauptvision. Außenposten, hab ich ein Auszeichen. So, hier. Nein, 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 Tafel, Tafel, kaputt. Okay. Sollen wir irgendwas noch, das haben wir ja gemacht, oder was? Oder wie, oder wo? Oder wie, oder wo, wo? Nein, es fallen jetzt bei einem Title. Das ist ein Rundstrecke, aber das ist ein Rundstrecke. Machen wir Soli. Und jeder ist, glaube ich, verschickt. Wir fahren einfach. Scheißegal. Jetzt kommt man hier raus, wenn wir fahren. Wir fahren auf, wenn man gewöhnlich empfohlen. Wir fahren den hier. Warte mal, ich mein Noah, die juckt. Ich würde sagen, der ist empfohlen. Dann fahren wir den auch. Der steht zwar gewöhnlich. So gewöhnlich ist der nicht. Warte mal, wir fahren erstmal den. Wir fahren unseren Rolf. Mal gucken. Der hat ja eigentlich Power ohne Ende. Die Felge gehen geil aus. Ich bin gespannt, ob ich den in die Rennen gewinnen kann. Da bin ich echt gespannt. Ja. Dann ist das. Und das ist alles wieder. Ich bin gespannt. So. Okay. Ah fuck, ey. Na gut. Muss man wieder reinkommen. Okay. 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 Naja, gut. Lass uns doch mal nicht dem Lippen ins Tor werfen. Ich wollte ja jetzt von mir rutschen abbringen. Ich bin okay. So wie ich den aufgepimpt habe und ich hab ihn nicht überlitten. Oh ja. ... ... Ich bin ein Wettbewerb. Ja, fahr weiter. Fahren wir weiter. Komm in die Wanne mit. Schall an. Schall an. Was ist die Wanne da? Schall an. Das ist die Eindrüstung, wo es geht. Oder wir haben auch einen Kühlschrank. Naja, vielleicht weiß ich nicht. Den Goldfahrstuhl war, aber so silber. Und Käse wie jetzt. Das ist die Eindrüstung. Und... Schafft. Geil, geil. Also die erste Runde war kacke. Aber danach... Jut. VF. VW Golf R V. Jawoll. Gewinner. Ja. Uniform Adler. Wieso habe ich das denn hier? Jawoll. Stiegen auf Stiegen. Gute. Gute. Naja... Schade, ich hätte gern was anderes gehabt. Dann fahren wir mal weiter. Okay. Jawoll, Japan. Moment, noch ein bisschen vor. Ein bisschen Wasser. Oh, Alter. Weltwarten ab. So. Weiter geht's. Ich fahre normal einfach mal, was es auch noch gibt. Wir wechseln komisch auch mal fahren gerne. Aber das ist doch schon. Ich fahre nicht ganz genau. Ich fahre nicht ganz einfach. Ich hab' nicht geschaut. Ich hab' nicht geschaut. Okay, Road Warrior. Ich habe die Route zu einer Rennveranstaltung in der Nähe geplant. Warte mal gerade. Wo will sie hin? Wo will sie hin? Wo will sie hin? Ich will jetzt wieder zurück. Nach da. Nee, ich glaube nicht hin. Okay, Road Warrior. Ich habe die Route zu einer Rennveranstaltung in der Nähe festgelegt. Okay, Road Warrior. Ich aktualisiere deine Route zu einer neuen Saisonmeisterschaft. Boah. 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 Ja komm, äh. Ja, du bist doch hier wieder zurückfahren, ne? Gibt's keine andere Strecke? Wenn wir jetzt... hier fahren müssen. Bei nächster Gelegenheit, wenden. Route wird neu berechnet. Gut, wunderbar. Ich hab' keinen Bock daher zu fahren, ne? Ab. Und jetzt muss ich bleiben. Also, mach' mal kurz. Ach, nur mal 6mm. Warte, 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 warte. Ich muss mal kurz anhalten. Stopp. Oh, jetzt bin ich wieder da. Es ist echt bisschen leider. Ja, mal kurz, dass was gerade was guckt, ist natürlich auch in diesem Teil raus. Okay, wo ist der Hund? Boah, ich kann den anderen abgleichen, ey. Ich wollte gerade nicht überfahren. In 400 Metern rechts abbiegen. Ich weiß nicht, ich darf mich nicht so weit versorgen. Ja, ich weiß nicht. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Okay, ja. Motorrad ist mitgekommen. Ja. Ich kann's alles nicht spüren, ey. Boah. Aber ich könnte nicht mehr fahren. Nein. Okay, weiter geht's. Fähigkeit kennen. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt bieten. Kann man auch geradeaus? Kann man auch geradeaus? Uah! Ne, da ist ein Baumkrieg. Scheiße. Na gut. Schade, warum wäre das nicht? Ich fahre noch mal ab. In 400 Metern links abbiegen. Ich höre aber nur keine Bombenkrieg. Links abbiegen. Boah, er heilt eine volle Durchsähe. Hat schon einen Baum. Ich weiß nicht, es geht nicht weiter. Ich weiß nicht, es geht nicht weiter. Du bist früh dran. Horizon Arcade beginnt demnächst. Oh ja, ich bin gespannt. Aber der BBB, der hat fast 300 drauf, ne? 500 Meter. Scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. Ja, ich weiß nicht. Scharf links abbiegen. Ja, das ist gut. 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 Du hast dein Ziel erreicht. Hey, Road Warrior. Danke, dass du für die Saisonrennen gekommen bist. Ich werde ein paar extra Herausforderungen für dich einbauen. Oh, Gott. Wow. Er empfohlenes Auto kaufen. Bugatti. So viel Geld habe ich gar nicht, oder? Guck mal was, eine Polizei, was ist natürlich mal geil, ne? Batman Gucken wir mal Der sieht edel aus Der sieht edel aus 2 Millionen auswählen Nicht gut, jetzt sag ich doch Okay Zurück Kann man gar nicht spielen, das ist viel zu teuer Nein, kann man nicht machen Nein, geht nicht Shit ey, ehrlich Mal die anderen nochmal kontaktieren Ich brauche Auszeichnungen Okay Road Warrior Ich habe eine Auszeichnungsherausforderung für dich gefunden Aktualisiere Route zur nächsten Rennveranstaltung Ich bin gespannt, ob das jetzt fahren kann In 400 Metern, rechts abbiegen Rechts abbiegen Ich bin gespannt, was ich hier für ein Baum streifen was ich hier für ein Baum gepflicht Nein, 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 nein Ich bin gespannt, was ich hier für ein Baum in deninity in der Zeit in der Zeit in der Zeit auf kann das hier Untertitelung. BR 2018 Ja, jetzt ist es schnell. Ich merke das schon. Untertitelung. BR 2018 Das ist das XP-Gebiet. Keine Ahnung. Das ist besser, Mann. Der Halb. Du hast dein Ziel erreicht. So, bin mal gespannt, ob ich das wissen, spielen kann. Möchtest du die laufende Meisterschaft? Was weiß ich schon? Ne, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Möchtest du die Marktrundstrecke ab? Ja. Eindrücken. Mach mal das mal. Empfohlen. Nehmen wir den. Der ist empfohlen. Nehmen wir den. Wir sind jetzt so, wie wir aussehen, ne? Da ist so, wie wir aussehen können. Das ist gar nicht so. Lass dich! Überall die BMWs hier! Was ist der Name? Was ist der Name? Das ist der Name! Das ist der Name! Fuck, okay. Okay. Ich kann überall gegen noch kommen bleiben. Ich bin gerade woanders in den Punkt. Aber ich komme noch nicht durch. Ich mache die Aufmerksamkeit. Das war die Hände. Okay. Mit Biegen und Brechen. Mit Biegen und Brechen. Ich glaube langsam, wenn ich dich nach jedem Straßenrennensieg anrufe, hast du mich schon sehr bald satt. Bereit für ein neues Abenteuer? Perfektes Timing. Wohin soll es gehen? Was sollen wir tun? Mach mal etwas so. Ich sag ihr, dass du verfügbar bist. Sie wird es nicht sagen, aber ich weiß, dass ihr das wichtig ist. Chevrolet Bel-Air. Okay. Aha. Okay. Okay, okay, okay. Autos. Wuppack. Den und diesen Chevy Bel-Air. Zentrale. Okay. Neuigkeiten. Nachricht von der Community. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Let's go. Do you like it? Go. Yeah. Let's go. Check it for the launch. Been up. Oh, okay. So, come on. Ok. 1, 4, 5. Meine Auto. Den will ich jetzt einsteigen. Ja, ich will den mal fahren. Ich möchte den mal fahren. Mal fahren wollen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Bei nächster Gelegenheit wenden. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ich bin mit dem Golf 300 gefahren. Der McLaren macht ja gar nichts hier. Entschuldigung. In 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. In 400 Metern rechts abbiegen. Okay, ach, 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 ach. Ach, ach, ach. Ach, ach, ach. Ich glaube, der ist wo wir jetzt machen. In 400 Metern links abbiegen. Ach, 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 ach. Links abbiegen. Ja, ja. Ja, ja. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Yep, ahhh. Eine Ahnung. Eine investiert in die Anispiele. Schauen wir mal nicht mal. Scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. Route wird neu berechnet. Also es gibt mich richtig wuchte, wenn ich jetzt hier weiterfahre. In 400 m scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. In 100 m scharf links abbiegen. In 100 m scharf links abbiegen. In 200 Metern scharf links abbiegen. In 100 Metern scharf links abbiegen. In 100 Metern scharf links abbiegen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Abmarsch. Angeber. Das ist nicht Angeber, ne? Das ist nicht Angeber. Okay, so. Okay, so. Okay, so. Hast du eine Herausforderungskarte gefunden? Ein anderer Horizon-Fahrer möchte deine Fähigkeiten testen. Hast du Lust? Na, gucken wir mal. Schauen wir mal. Ahaha, Cosworth. Ja, das wird aber echt cool. Giamigo. Mal gucken, ob der Gas hat, sind wir klar gar nicht, oder was? Ja, das wird aber auch gut. Was? Nein Leute, machen doch mal, ich weiß nicht, was soll ich jetzt machen? Achtung, vor dem Zeug! Ja, ich muss noch mal, ich warte, ich fahne einfach mal! Untertitelung des ZDF, 2020 Was muss ich denn jetzt hier machen? Ich fahr doch Gas, oder? Erreicht sie in den ZDF, zeigen sie nur ihre, also 9 und 5 Geschwindigkeitsfähigkeit. Die Leute, ich hatte es neu. Ich fahr doch, ich hatte es neu. 5, 8, 9. Ich habe keine Ahnung, nicht ganz ehrlich. Ich bin zu gut dafür, kann auch sein. Gefällt nicht. Klasse! Mit Lob kannst du auf dem Festival positive Stimmung verbreiten. Jemand macht was, was dir gefällt? Schick der Person ein Lob. Ach, jetzt ist sie auch egal. Schick der Person. Schick der Person. Schick der Person. Yas, ich habeuxe den Gallen. Schick der Person. 4, das ist diebrbags wir alle. Hallo. Was macht nicht grandfather? Ich muss jetzt mal wachsen. Oh, was ist neues Auto? Auto. Auto. Deine Fähigkeiten sind jetzt schwer zu unterbrechen. Kostet 25. Ah, dann ist es halt so. Und... Wheels fehlen. Gucken wir mal. Ich hätte gerne den anderen gehabt, hier den unten. Na ja, gut. Man kann ja nicht immer alles. Man kann nicht immer alles holen. Autos. Ja, ich weiß, jetzt können wir hier. Ruhrpark. Hupe. Hupe. Montiert. Ähm. Draußen steigt schon wieder. Auto wechseln. Ich möchte mal... Ach, den finde ich total geil. Den nehmen wir. Ja, ja, klar. Warte mal. Warte mal. Gucken wir erst mal, was da ist. Einfach mal ausprobieren. Wir probieren das halt mal aus. Ah, cool. Mad man. Follow the lights. Have fun. Follow the lights. Das ist ja reichen. Wurde mal angucken. Mülltonnen. 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 Wurde mal angucken. Wurde mal angucken. Wurde mal angucken. In 100 Metern, rechts abbiegen. Wurde mal angucken. 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 Wir müssen wahrscheinlich Mülltonnen umfahren. Ach wahrscheinlich wenn auch... Vor ihr angucken. Sind denn da Mülltonnen? Bei nächster Gelegenheit enden. In 200 Metern rechts abbiegen. Wir bleiben gleich dick. Okay. Hilfenswann. Was sind denn hier Mülltonnen? Geil, das kannst du reinkommen, ne? Bei nächster Gelegenheit enden. Bei nächster Gelegenheit enden. Mülltonnen Fähigkeiten, wo ist denn die? Mülltonnen oder irgendwas? Ich weiß gar nicht, was die meinen. In 200 Metern rechts abbiegen. Weißt du was, was ich mache? Ich pack gleich mal zu. Was sind Mülltonnen? Mülltonnen Fähigkeiten, das mag ich dir mal. Ich pfeife immer hin. Ihr weiß das ja nächster Gelegenheit noch weiter an sich. Du kannst ja jetzt mal schnell denken, Volker. Ja, ich sehe schon bald erende das jetzt mal hier. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, ich beende die Folge mal. Ich danke fürs zu gucken. Bye. Ja. 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 Hervorragend, dass der Sturm ist. 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 Ja, die kann weiter. Boah! Ich kann mir den Tor stehen. Ich kann mir den Tor stehen. Ja, das geht doch nochmal hin, weil die kann man hier ja auch schrecklich fahren, das ist alles, alles, ja, hier, 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 jetzt, jetzt hier, Das ist das, was jeder hier zum Schiff entlegt kann. Das ist das, was man da versucht. König infiziert. Meide infizierte Spieler so lange wie möglich. Wenn du infizierst wirst, fange andere Spieler. Sammle Flaggen ein und bring sie zum passenden Punkt. Fange Spieler mit der Krone, um sie zu stehlen. Oh Gott, oh Gott. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020